Hallo verehrte Krachliebhaber, am 21.02.2020 habe ich die Release-Partie des neuen Albums von XIV Dark Centuries besucht. Mitspielen durften Verndal, Tollesch und Gankertür. Madame Schmidt von Runa Events hat mich wiedermals begleitet. Zusammen sind wir punktlich wie immer in den Gold Club von Hell in Erfurt aufgetaucht und wurden musikalisch gut bis menschlich großartig besten zu unterhalten. Was nun folgt sind die ungekürzten Highlights des Abends. Musik Da habt ihr auch Stromausfall. Auf der Mädchentoilette wurde wieder in die Steckdose gepinkelt. Und gegoogelt wurde auch. Hauptsächlich von den Bands. Gegoogelt 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 Beim Straßenrennen durch Adern, das liegt bei Eisleben, schwerwiegend beschädigt worden. Aus nur diesem einen Grund hat das Video der zweiten Kapelle nicht richtig speichern können. Das Material, was höher sowie anschaubar ist, werde ich demnächst veröffentlichen. Also abonniert meine Kanäle bei YouTube und Facebook, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns auf dem nächsten Konzert, am 29.02. in Sondershausen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und gute Laune. Gegoogelt 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 Vielen Dank.